Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Kommen zu Pfizer. Aktuelle Marktkapitalisierung 162 Milliarden US-Dollar. Ein Kursumsatzverhältnis von 2,3. Ein aktuelles KGV von 15. Ein erwartetes KGV von 12. Und eine Dividendenrendite von knapp über 5%. Pfizer schauen wir uns zuerst im langfristigen Chart an. Zurück bis zum Jahrtausendwechsel in etwa. Es geht hier um ein paar horizontale Levels. Wir haben hier einige wichtige Supports im Chart. Vor einigen Wochen hatten wir Pfizer auch in der Analyse hier im Bereich um die 25, 26 US-Dollar. Da haben wir darüber gesprochen, dass hier wichtige Levels sind aus dem Jahr 2013, 2014. Natürlich auch das Corona-Tief hier im Bereich von 25, 80. Und das war dann hier jetzt auch markiert mit dem gelben Punkt der Boden erstmal für Pfizer. Heute geht es allerdings darum, war das jetzt der finale Boden oder ist die 18% Rallye, die wir seitdem gesehen haben, nur ein Dead Cat Bounce und muss Pfizer potenziell nochmal tiefer. Dieser Bereich, den wir angelaufen hatten im November und im Dezember 2023, das ist hier Multijahrestief. Das sind hier viele, viele Supports. Unter dem Level, was wir getroffen hatten, unter dem Tief bei 25, 70 ist allerdings absolut kein Support. Erstmal bis 23, 70. Und falls wir wirklich da drunter fallen sollten, dann müsste man sogar über die Value-Zone nachdenken. Seit dem Tief im Jahr 2009, UNSTOP im Jahr 2021, 78er, 88er, FIBO wären dann Bereiche um 22 bis potenziell sogar 17 US-Dollar. Keine Frage, vor allen Dingen hier in diesem Support-Bereich war Pfizer durchaus interessant, was aber auch ganz klar dazu zu sagen ist. Und da möchte ich mal auf das Tief hinweisen, was wir hier im Jahr 2000 gesehen haben. Einmal im Dezember 1999 und dann im März 2000, das ist hier dieser Bereich, knapp 28, 70 Dollar. Das sollte die Aktie jetzt halten, derzeit sehen wir genau 28, 70. Was auch interessant ist, wenn wir hier noch gleich im Wochenchart bleiben, wenn wir hier mal diese gesamte Distanz abmessen. Hier ist die Golden Pocket, das ist das 61er und 65er Fibonacci und das ist genau der Bereich zwischen 30 US-Dollar und 28, 70. Das ist hier ein wichtiges Level, das die Pfizer-Marktteilnehmer hier zurückerobern müssen. Wir müssen auch über die 20-Wochen-Linie, die läuft derzeit bei 30, 80 Dollar. Pfizer muss hier aus den 30 US-Dollar ausbrechen. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass die 30 US-Dollar durchaus Widerstand sein können, aber auch interessanter Support sein können, vor allen Dingen hier im Jahr 2017, aber auch dann hier nochmal im Juni 2020, bevor eine starke Rallye starten konnte. Im Prinzip ist das eine ähnliche Action, wie wir im Corona-Tief gesehen haben, mit dem Unterschied, dass die abgelaufene Handelswoche jetzt bei Pfizer nach dem dreiwöchigen Bounce jetzt eine rote Wochenkerze ist, mit einem Minus von 2,7 Prozent. Und man sich jetzt natürlich fragt, war es das jetzt mit dem Abwärtstrend? Weil ausgebrochen für den Moment wäre Pfizer jetzt hier aus dem Abwärtstrend seit dem Dezember 2022. Oder ist es ein Fake-Out und brauchen wir möglicherweise sogar noch etwas oder möglicherweise sogar deutlich tiefere Kurse, um bei Pfizer dann wirklich den Boden zu treffen. Jetzt sind wir hier im Tageschart und wir schauen hier nochmal zurück bis zu diesem signifikanten Tief im Jahr 2013. Das war hier genau der Bereich um die 25,70 Dollar. Und jetzt gehen wir hier mal ins aktuelle Bild. Wir hatten hier eine wunderschöne Bullish-Hammerkerze. Wenn du so eine Kerze siehst im Rahmen von einer Kapitulation, klar, 3-Tage-Regel, keine Frage. Aber wir sehen hier auch, wie die 3-Tage-Regel hier funktioniert hat. Wir haben diese Levels noch zwei weitere Handelstage angetestet. Und wenn du siehst, alles gleich, hier geht es nicht mehr drunter, kann man im Rahmen von so einer Hammerkerze, wie wir sie hier am Boden gesehen haben, durchaus mal in eine Long-Position eingehen. Stop unter die Tiefs, vor allen Dingen, wenn du dann hier noch ein bisschen Konsolidierung bekommst. Long in die Aktie rein, Stop unter dem Tief. Und dann einfach mal laufen lassen und schauen, was passiert und was ist passiert. Wir haben eine Rallye gesehen um knapp 18% bei Pfizer. Wir sind jetzt auch über den 28,40 Dollar. Das ist auch grundsätzlich ein wichtiges Level. Und zwar müssen wir hier, wie gesagt, weit zurückgehen bis ins Jahr 2000, um hier wirklich zu sehen, wie wichtig dieser Support schon mal war für die Aktie. Und den sollte sie natürlich jetzt auch besser halten. Wir gehen wieder zurück ins aktuelle Bild und sehen hier auch, dass dieser Aufwärtstrend, wenn man ihn ein bisschen freundlich für die Aktie einzeichnet, noch intakt ist, was hier aber auch durchaus wichtig ist. Und deswegen kann man hier den Trend ein bisschen freundlicher einzeichnen, weil hier vor allen Dingen extrem klar ist, hier auf der linken Seite auch, unter 28,40, wo wir mit Pfizer nichts zu tun haben. Die letzte Preis-Action, die wir hier gesehen haben, war senkrecht runter, aber sowas von senkrecht runter. Deswegen habt ihr es mal auf dem Schirm. Das war jetzt hier eine schöne Rallye für die Pfizer-Bullen. Und wir haben auch hier die 20-Tage-Linie bei genau 28,50 Dollar mehr Support, als dieser Bereich jetzt hier ist, kann die Aktie nicht haben. Wir haben dann derzeit auch einen schönen Korrektur-Abwärtstrend im Chart. Hier passt vieles rein, das muss man ganz klar dazu sagen. Beobachten wir das mal ganz genau. Wenn Pfizer hier brechen sollte, dann legen wir uns hier aber auch definitiv noch unsere Golden Zone in den Chart, um hier zumindest nochmal Levels zu haben unter diesen 28,40. Und da sehen wir vor allen Dingen am Freitag eine interessante Preis-Action. Der Markt hat hier nämlich gerade nochmal so das 38er Fibonacci von dieser Rallye verteidigt. Also prinzipiell, wenn das hier wirklich sehr, sehr bolig ist, wäre hier bereits eine Korrektur abgeschlossen. Aber dann brauchen wir Pfizer definitiv weiter deutlich über 28,40 bis 28,50. Da müsste dieser Bereich hier Support sein. Ansonsten müssen wir uns darauf vorbereiten, dass die Aktie hier mindestens die 28 US-Dollar abholt. Wobei das technisch hier kein Level ist. Was wir wirklich dann als interessantes Level betrachten können, ist hier der Bereich nochmal um 27,50 bis 27,20. Die 27,20 sind uralter Support. Aus dem Jahr 1998 extrem wichtiger Support. War das damals harter Support. Und das Level von 27,50 ist hier das 61er Fibonacci der Rallye. Das wäre grundsätzlich interessant. So ein erster Aufwärtstrend darf mal brechen. Aber grundsätzlich wollen wir nicht mehr unter die Golden Zone zurückfallen. Ansonsten wird es halt mindestens ein Doppelboden, aber dann eben natürlich auch weiterhin die Argumentation. Alles klar ist, möglicherweise dieser Abwärtstrend sogar noch intakt. Und vor allen Dingen, wenn jetzt Pfizer hier weiter abkorrigieren sollte, scharf abkorrigieren sollte und zurückfallen sollte in diesen Abwärtstrend, das wäre extrem kritisch. Weil dann die Zielzone eben zur Downside ist zwischen 24,50 Dollar und 23 US-Dollar. Jetzt eben aus dieser Rallye die Target Zone zur Downside. Also hab's mal auf dem Schirm aktuell. Pfizer versucht hier das erste der denkbaren Support Levels zu verteidigen. Das wäre durchaus bullish, wenn wir hier diesen Kreuz-Support halten können. Nach dieser Rallye aus 20-Tage-Linie, aus dem alten horizontalen Support und dem 38er Fibonacci. Ansonsten hat Pfizer hier direkt auf den nächsten wichtigen Support nochmal 4,7 Prozent Downside. Und ab dem Zeitpunkt bereits 10 Prozent Downside lediglich, um diese Tiefs wieder anzutesten. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Kommen zu Adobe. Aktuelle Marktkapitalisierung 271 Milliarden US-Dollar. Ein Kursumsatzverhältnis von 14. Ein aktuelles KGV von 50. Bei einem erwarteten KGV von 29. Und einer aktuellen Shortquote von 1,4 Prozent. Adobe schauen wir uns zuerst mal im Wochenchart an. Gerade die aktuelle Preissection bei der Aktie ist durchaus interessant abgelaufene. Handelswoche Plus von knapp 6 Prozent. Hat auch knapp über der 50-Tage-Linie geschlossen. Und auch knapp über der 20-Tage-Linie geschlossen. Das müssen wir auf dem Schirm haben, nachdem wir uns hier exakt auf der 20-Wochen-Linie Support gesucht haben. Und auch in diesem aufsteigenden Broadening Wedge ein Partial Decline gezeigt haben. Also nur noch bis knapp zur Hälfte oder bis knapp über der Hälfte der gesamten Range hier runtergekommen sind. Das ist jetzt grundsätzlich nicht uninteressant. Wir achten auch gleich mal hier im Tageschart auf einen potenziellen Abwärtstrend, ob der schon gebrochen ist. Und schaut euch hier auch mal die 20-Wochen-Linie an. Die ist durchaus interessant. Das ist nämlich hier im erweiterten Bild Support seit dem Dezember 2022. Hier gab es ein paar Dips drunter im März im Rahmen der Bankenkrise. Hier gab es ein paar Dips drunter im Mai im Rahmen der Korrektur. Aber danach war das hier wunderschöner Support. Hier im Oktober waren wieder Dips drunter. Und jetzt haben wir das Ganze wieder getestet. Also hier durchaus auch in Form von diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt. Das ist Mean Reversion. Das ist ein sehr wichtiger gleitender Durchschnitt, die 20-Wochen-Linie. Jetzt hier auch interessanter Support. Natürlich auch hier aus dieser Rallye mitten in der Golden Zone nach oben gedreht. Das ist hier kein uninteressantes Chartbild für Adobe. Wo wir die Aktie definitiv aber drüber sehen wollen, ist hier der Bereich um 600 US-Dollar. Und jetzt schauen wir uns hier auch gerade nochmal an, wo Adobe hier gedreht hat. Und da wollen wir sie definitiv nicht mehr drunter sehen. Schaut euch mal hier das Tief an. Im Oktober auch buchstäblich im Oktober. Wichtiger Bereich für Adobe, um Supports zu bauen offensichtlich. Hier im Oktober 2021 dieses Wig, diese Wochenkerze hat danach nochmal zu einem Allzeithoch geführt. Das war hier genau der Bereich zwischen 550 und 570 US-Dollar. Und das ist hier genau der Bereich, bei dem Adobe das Tief gefunden hat unter diesen Levels. Wir sehen genau, was danach passiert ist im Dezember 2021. Du brichst kurz drunter, testest den Bereich dann hier als Widerstand und dann gehst du in den Abwärtstrend. Brichst kurz drunter, testest den Bereich als Widerstand und gehst dann in den Abwärtstrend. Denn das ist eben die Frage. Und deswegen wollen wir meiner Meinung nach bei Adobe im Prinzip schon keine Kurse mehr grundsätzlich sehen. Unter den Tiefs der vergangenen Wochenkerze, unter der 20-Wochen-Linie. Ein kleiner Dip wäre wohl erlaubt. Aber unter die Zone hier von 550 US-Dollar wollen wir Adobe definitiv nicht fallen sehen. Und jetzt schauen wir uns im Tageschart an, was hier nach oben möglich ist. Und jetzt schauen wir uns hier nur mal dieses Ascending Broadening Wedge an. Und man muss wirklich dazu sagen, ich tue mir hier sehr, sehr schwer, einen Trend einzuzeichnen, weil die Preis-Action hier sehr, sehr sketchy ist. Und vor allen Dingen hier einige Gaps aufweist. Gap nach oben, Gap nach unten, hier einige Gaps nach unten. Und jetzt gibt es hier eben eine durchaus scharfe Gegenbewegung. Und deswegen würde ich hier sagen, wir zeichnen uns hier jetzt mal das Fibonacci ein. Denn seid im Top hier ans Tief. Und da sehen wir ganz klar, was der Markt hier spielt. Wir sind aus dem 23er Fibonacci der Downside ausgebrochen. Wir haben hier möglicherweise auch die Chance, auch wenn das Ganze hier, wie gesagt, von der Preis-Action sehr, sehr choppy ist und auch sehr, sehr unsauber, haben wir möglicherweise die Chance auf eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die Neckline würde ich festlegen hier im Bereich zwischen 607 und 610 US-Dollar. Da müsste uns Adobe ausbrechen, um wirklich interessant zu sein. Die Zielzone sehen wir dann bei 650 bis 670 US-Dollar. Hier ist dann auch das große 88er Fibonacci seit den Allzeithochs. Das wäre das bullische Target. Wenn wir uns hier das Ganze auch mal abmessen vom Kopf an die Neckline. Wunderschön haben wir dann hier oben unser Target bei 650 US-Dollar. Da werden wir definitiv auch dranbleiben bei der Aktie. Habt ihr aber auch auf dem Schirm, dass dafür definitiv noch folgende Preis-Action denkbar ist. Also jetzt hier eine Rallye an die Neckline und dann nochmal runter aufs 23er Fibonacci. Wir hatten gerade gesagt, dass auch nochmal ein Dip denkbar sei in dem Bereich um die 550 US-Dollar. Ist er grundsätzlich auch, weil das hier ist die aktuelle Golden Zone. Das müssen wir beobachten eben von diesem Tief. Wäre hier das 38er bis 61er Fibonacci. Aber hier unter diesem Bereich möchte ich Adobe definitiv nicht sehen. Ich will auch definitiv nicht sehen, dass die untere Trendlinie hier bricht. Wir müssen das jetzt hier beobachten. Meiner Meinung nach für einen frischen Einstieg ist das hier gerade ein bisschen riskant, weil Adobe jetzt eben von dem Tief bereits um 7% hier knapp angestiegen ist. Aber beobachten wir das mal ganz genau. Zwei Dinge. Den wichtigen Widerstand hier im Bereich um 607 bis 609 US-Dollar. Hier ist auch das 78er Fibonacci der gesamten Downside. Das ist hier Kernwiderstand. Und wenn jetzt wirklich Adobe hier reinlaufen sollte und nochmal dippen sollte, dann könnte das hier durchaus eine interessante Kaufgelegenheit sein. Gibt es jetzt hier ein weiteres, eindeutiges, tieferes Hoch? Fallen wir jetzt hier vor allen Dingen wieder zurück unter dem Bereich der 590 und fallen wir hier dann vor allen Dingen jetzt direkt zurück unter die 580? Na gut, dann schauen wir uns das Ganze hier unten an, weil dann ist einfach dieser Abwärtstrend letzten Endes noch weiter intakt. Und dann müssen wir schauen, dass Adobe eben hier im Bereich um die 550 und diesem Aufwärtstrend sich Support baut. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob das eine Aktie ist, die euch interessiert und ob das eine Aktie ist, die wir eben im Rahmen von dieser möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation beobachten sollen. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Wir kommen zu Carvana, aktuelle Marktkapitalisierung 4,8 Milliarden US-Dollar bei einem Jahresverlust von aktuell 240 Millionen US-Dollar, einem Kurs-Umsatzverhältnis von 0,4 und einer aktuellen Shortquote von 40%. Den Carvana-Chart bewundern wir zuerst mal im gesamten Chartverlauf. Man muss wirklich dazu sagen, das ist ein absolut extremes Chartbild, was uns Carvana hier zeigt. Wir ankern jetzt hier mal im Corona-Tief. Das war der Bereich um 22 US-Dollar. Welches Level ihr aber bitte auch auf dem Schirm habt, das sind die 28 US-Dollar und 50 Cent. Warum, schauen wir uns gleich im nächsten Clip im Detail an. Warum wir es hier schon mal auf dem Schirm haben, das ist dieser Bereich hier. Das waren die Tiefs 2018 und 2019 und das war hier 2018 mal Widerstand, wurde dann zum Support, hat dann zu einer massiven Rallye geführt. Corona-Crash dann eben hier in dem Bereich um die 22 US-Dollar. Und was dann passiert ist, lässt sich schlicht und ergreifend nur mit dem Wort Wahnsinn beschreiben. Die Aktie ging dann auf 370 US-Dollar, nur um dann jetzt vor einem Jahr im Bereich von unter 3 US-Dollar hier oder im Bereich von 3 US-Dollar hier nach einem Crash von über 99% sogar ein neues Allzeittief zu generieren, nur um dann von hier anzusteigen um über 1700% jetzt gerade ans Top zuletzt im Dezember. Ein brutaler Chartverlauf und jetzt aktuell wieder mit einer exorbitant hohen Shortquote von 40% im Rahmen der aktuellen Korrektur. Und warum wir uns das Ganze hier auch nochmal im großen Bild anschauen, ist folgendes. Das Level, wer hier wirklich an der Aktie überhaupt kein Interesse hat und sich das Ganze hier unten anschaut, ganze Konsolidierung, diesen ganzen Wahnsinn hier passieren lässt, der sollte definitiv aber trotzdem Preisalarme drauf haben, über 58 bis 62 US-Dollar. Wenn die hier ausbricht, hat die absolut keine Widerstände. Das 23er Fibonacci, der gesamten Downside, ist dann erst bei 91 US-Dollar, 38er bei 147 US-Dollar und 50er und 61er werden dann 190 bis 230 US-Dollar, wenn die hier ein wirkliches Retracement fährt. Also habt definitiv mal und wenn es nur ist, um sich das Ganze anzuschauen, Preisalarme über 58 bis 60 US-Dollar. Hier ist dann wirklich ein brutaler Breakout möglich für Carvana. Man kann es nicht anders sagen und wenn den Leerverkäufern die Aktie hier auskommt, dann könnte es hier wirklich zu einem der stärksten Short-Squeezes überhaupt kommen. Und aktuell müssen wir aber die ganze Preis-Action hier jetzt mal lokal anschauen. Hier ist nämlich möglicherweise auch ein sehr, sehr gefährliches Pattern im Chart und das machen wir jetzt im nächsten Clip. Und da sehen wir, dass Carvana jetzt aktuell einen beinahe mustergültigen Abwärtstrend zeichnet, einen ähnlichen Abwärtstrend, wie wir ihn hier gesehen haben, seit dem Top im September 2023. Damals hat Carvana hier, sage und schreibe, 58% verloren, war dann kurzzeitig überverkauft, ist kurzzeitig unter dieses Level von 28,50 Dollar gedippt, nur um dann von hier anzusteigen, um 130% auch wieder in gut einem Monat, korrigiert jetzt wieder relativ scharf ab, hat jetzt vom Top bereits verloren, 32% und jetzt schauen wir uns hier nur mal diesen Bereich ganz genau an. Und zwar sind wir jetzt hier in der Golden Zone von dem letzten Anstieg. Wir haben hier die 50 und die 100-Tage-Linie. Mini-Golden-Cross, 50-Tage-Linie, kreuzte gerade Bullish durch die 100-Tage-Linie. Würde ich jetzt aber absolut nicht überbewerten. Was ich hier wichtig finde, das sind zwei Levels. Das ist hier einmal der Bereich um 36 US-Dollar, das ist hier der Support gewesen und war hier der Support, hat zweimal zu einer strammen Rallye geführt. Wichtig, zuletzt hier auch gerade in übergeordnet, neues Verlaufshoch, auch wenn es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt eine Bullenfalle war. Keine Frage, sehen wir dennoch höhere Hochs, als wir sie gesehen haben hier im Juli und dann nochmal zuletzt im September. Und jetzt ist eben die große Frage, wo kann Carvana hier den Support finden? Im Prinzip müsste man den Abwärtstrend hier definitiv verlängern, denn Carvana kann hier definitiv abkorrigieren, auch in den Bereich um die 28,50 Dollar. Ein weiteres Mal, nur darunter möchte ich die Aktie, komme was wolle, definitiv nicht sehen, denn ansonsten haben wir hier im Chart einen Doppeltop. Wir haben hier einen Rücksetzer und wer schon länger auf dem Kanal mit dabei ist, kennt mittlerweile die Harmonix. Wir haben hier ein wunderschönes 61er Fibonacci gesehen auf der B. Wir haben hier ein leicht höheres Hoch. Wenn wir dann hier ein 78er Fibo anlaufen, das wäre dann im Endeffekt ein Guardlay, dann sehen wir hier einen Kurs von 15 US-Dollar und würden bei Carvana diese Kurslücke hier schließen aus dem Juni. Tiefere Kurse wären grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Aber mit einem 61er Fibonacci auf der B haben wir zuerst mal den Fokus auf dem 78er Fibonacci, dann auf der D. Also habt es mal auf dem Schirm. Hier ist potenziell eine Harmonic im Chart. Deswegen ist es extrem wichtig, dass sich Carvana hier im weiteren Verlauf ein höheres Tief abholt als dieses Tief. Das ist essentiell für die Aktie, gerade unter der Last von dieser hohen Shortquote. Das ist ein Spiel, das in beide Richtungen funktioniert. Wenn den Leerverkäufern mit 40% Shortfloat die Aktie hier auskommt, gibt es ein absolutes Donnerwetter nach oben. Wenn allerdings unter einer Shortlast von 40% diese Supports hier brechen, dann crasht so eine Aktie eben mal mindestens in diesem Bereich, den wir gerade angesprochen haben. Wird extrem spannend. Wir bleiben jetzt auch dran. Definitiv diesen Abwärtstrend, wenn wir hier ganz eng beobachten. Also lass, wenn dich Carvana interessiert, definitiv mal dein Abo da und bleib auf dem Kanal mit dabei. Drei Levels auf dem Schirm haben. Einmal hier diesen Bereich um die 50- und 100-Tage-Linie. War hier auch schon mal kurz Widerstand, bis wir dann ausgebrochen sind. War auch schon mal Widerstand, bevor wir hier drunter gebrochen sind. Das ist hier der Bereich um die 40 US-Dollar. Erster Support, 36,50 Dollar. Zweiter Support und Level, was definitiv halten muss, meiner Meinung nach, ist hier der Bereich. Hier auch interessant, 200-Tage-Linie. Möglicherweise ein Dip knapp drunter denkbar. Wäre dann hier der Bereich um 32 bis 28 US-Dollar. Und wie gesagt, so extrem volatil, wie die Aktie ist zur Downside. Last hier meiner Meinung nach jetzt den Markt mal machen. Beobachten wir den Abwärtstrend. Und wenn wir hier den Breakout sehen, möglicherweise dann mit einem Backtest, möglicherweise dann letzten Endes auch ohne, dass wir hier nochmal aus der 50-Tage-Linie ausbrechen und eine V-förmige Erholung starten, dann ist hier der Zeitpunkt gekommen, wo man einen schönen Long-Trade fahren kann. Bei Carvana aktuell ist hier aber definitiv noch eine Korrektur am Werk. Und die hat aktuell, je nach Schärfe, noch zwischen 6, 15 und potenziell 33 Prozent Downside. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x-Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.